Ein frohes neues Jahr wünsche ich jedem dort draußen, hier bei GmbF TV. Ich richte an euch einen Gruß, denn viele werden wahrscheinlich die letzten Monate, Wochen, Weihnachtszeit, Silvesterzeit sehr schwierig erlebt haben. Training, Ernährung, Training ist vielleicht ein bisschen in den Hintergrund gerückt, aber Leute, das ist überhaupt nicht schlimm. Denn jetzt müssten wir da umstellen, jetzt müssten wir da in die Diät, wer vielleicht auf die Bühne geht, dann wünsche ich natürlich viel, viel Vorbereitung, also viel Kraft für die eigentliche Vorbereitung. Vielleicht einfach nur noch mal kurz eine Anekdote, auch ich habe in der Weihnachtszeit über Silvester jetzt nicht massiv trainiert. Auch ich habe ein bisschen Revue passieren lassen, das was über das Jahr passiert ist. Es gab immer Höhen, Tiefen, jeder hat das dort. Wer das nicht sagt, okay, ist halt so, auch ich bin nur ein Mensch und genauso dort draußen wirst du das dann wahrscheinlich auch sein. Ich wünsche dir viel, viel Kraft, viel Erfolg. Denk immer daran, das was du machst, du musst am Ende des Tages zufrieden sein damit. Und bleib auf jeden Fall fleißig und ja, wir sehen uns. Liebe Zuschauer von GNBF TV und liebe Freunde und Familie, ich wünsche euch ein ganz, ganz erfolgreiches und vor allen Dingen gesundes neues Jahr 2016. Ich wünsche euch, dass ihr eure sportlichen Ziele verfolgt und auch im hoffentlichen Idealfall erreicht. Und ich kann euch aus meinem Jahr 2015 mitgeben, dass wenn ihr wirklich daran ambitioniert trainiert und alles dafür gebt, eure Ziele zu erreichen, dann wird jeder Einzelne das von euch schaffen. Ihr habt es selbst in der Hand. Viel Spaß und viel Erfolg.